Jennifer Grey findet ehrliche Worte zur Dirty Dancing-Fortsetzung. Vor über 30 Jahren stehen die Schauspielerin und Patrick Swayze als Baby und Johnny vor der Kamera und begeistern damit weltweit die Fans. Auch heute nimmt der Hype nicht ab. So wird 2021 angekündigt, dass die Liebesgeschichte ein Sequel bekommt. Mit Jennifer als Baby. Der Tod ihres damaligen Co-Stars belastet die 62-Jährige und die Produktion aber sehr. Ich werde zwar wieder in die Rolle von Baby schlüpfen, aber es wird nie wieder Patrick Swayze und Jennifer Grey geben. Es wird nie wieder Johnny und Baby geben. Dennoch soll der neue Film dieselbe Seele, Einfachheit und dasselbe Herz wie das Original besitzen. Die Fans dürfen also gespannt sein.